Hello ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend, wie ihr sehen könnt. Ich bin unterwegs, bin gerade am spazieren und am gucken, wo ich mein nächstes Video drehe. Da ich keine Musik mache, wird das kein Musikvideo. Du sagst, du! Lasst euch einfach überraschen, welches Video kommt und welches Thema ich diesmal anspreche. Aber auf dem Weg dahin, habe ich was entdeckt. Und ich finde es ganz schön krass, wie man für eine Kuhweide so viel Strom braucht, damit die Kuh nicht abhaut und es so krass zischt. Da hinten, da hinten seht ihr es. Also ihr Lieben, da könnt ihr sehen, wie es zischt und wie viel Strom man für so eine große Kuhweide benötigt. Okay.